Wenn es Stoff eines Filmes wäre, würde man sagen, das ist ganz schön übertrieben, weil das kann es nicht geben. Einer kommt aus Österreich, geht nach Amerika und kommt heute zurück als der größte Filmstar, den es im Moment überhaupt gibt. Seine Filme sind die größten Erfolge auf der ganzen Welt. Er ist live in Saarbrücken. Arnold Schwarzenegger! Vielen Dank für die wunderschönen Komplimente. Vielen Dank für die Komplimente. Ich dachte, Donnerwetter, der spricht toll Englisch, weil ich dich immer noch in unserem Sprachraum einordne. In den amerikanischen Schulen ist es Mode, dass die Kids, wenn sie besonders cool sein wollen, reden wie Arnold Schwarzenegger redet, also mit Akzent. Und jetzt kommst du zu uns und redest wieder mit Akzent, weil du wie viele Jahre schon in Amerika Englisch sprichst? Ich bin jetzt, sie wohnen jetzt schon drüben, 24 Jahre. Ich muss mich quasi bei ihm bedanken, dass er das Interview in Deutsch macht, weil du, glaube ich, viel, viel mehr englische Interviews gegeben hast in den letzten Jahren als Deutsche. Das ist hundertprozentig, aber obwohl es für mich leichter ist in Englisch, weil man ja doch nicht die Übung hat, wenn man nicht immer Deutsch spricht, aber Deutsch ist doch die Muttersprache. Ich habe es lieber, wenn man Deutsch spricht. Glenn Close ist gerade im Bild. Es müsste für sich ein komisches Gefühl sein, ihn in seiner Originalsprache zu hören. Die meisten Amerikaner haben dich ja nie Deutsch reden hören. Das ist wonderful. Ja, kann ich es hören. Wunderschön. Also, wenn man deine Karriere anguckt, ich habe es gerade vorher erwähnt, dann sind das ja unglaubliche Bögen, die du gemacht hast. Also, gingst drüber als Bodybuilder, hast dann als Action-Schauspieler angefangen. Hast du das Ganze so bewusst geplant? Ist das alles auf dich zugekommen? Hast du gesagt, eines Tages will ich der erfolgreichste Filmstar der Welt sein? Ich habe zwölf Jahre hintereinander die Weltmeisterschaft im Bodybuilding gewonnen. Mr. Universum, Mr. Olympia und so. Das war aber dann ein Sprungbrett für mich. Die Muskeln, den Körper war das Sprungbrett für die Schauspielkarriere. Und ich bin dann in den Showbusiness eingestehen. Und Gott sei Dank habe ich da auch wieder sehr viel Glück gehabt. Ich habe seitdem 16 Filme gemacht, unter anderem Actionfilme, sehr viele Actionfilme und Abenteuerfilme. Aber in letzter Zeit war es natürlich auch wichtig, dass ich ein bisschen was mit Komödien mache. Also, in letzter Zeit habe ich auch Komödien gemacht. Und du hast jetzt natürlich, deswegen bist du auch hier, diesen Terminator gemacht. Ein ganz unglaublicher Film, was seinen Erfolg betrifft. In Amerika ist das ja bereits gelaufen, mit riesigem Erfolg. Ja, das ist der erfolgreichste Film, Heuer, der Terminator. Und der Grund dafür ist auch, dass der nicht nur ein Actionfilm ist und mit Special Actionfilme. Aber er hat auch riesige Special Effects. Es ist schon ein guter Abenteuerfilm und hat hervorragende Regie, ein gutes Drehbuch und natürlich einmalig schauspielerische Leistungen. Das ist einmal ganz klar. Das Wichtige ist ja auch jetzt, dass man nicht nur die gewalttätigen Filme macht, sondern dass man auch etwas mit Humor macht. Und Terminator hat beides. Das hat also eine gute Geschichte, hat die Action, aber auch sehr viel Humor. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass der Film jetzt schon fast 200 Millionen Dollar in Amerika eingespielt hat. Und ich bin sicher, dass er, wenn er jetzt hier in Deutschland ankommt, dass er auch sehr erfolgreich werden wird und dass das deutsche Publikum den auch sehr gerne umhört. Du tust ja einen heiligen Schwur in diesem Film. So, ich bring Korn um. Also es ist eigentlich, du bist ja der Gute. Also mein Sohn war insofern ganz begeistert, weil endlich beim ersten Terminator wusste man ja nicht so, aber in dem bist du eindeutig der Gute. Wir wollen ja nicht jetzt die Story hergeben. Also du nicht. Bitte. Gott. Das ist ja ein Geheimnis, Thomas. Gut. Schauen wir es uns an. Schauen wir es uns an. Aber von mir habt ihr nichts gehört. Kommen wir kurz rein. Also Terminator. Ja. Sabbat-Einsystem. Modell 101. Okay. Du bist nicht hier, um mich zu töten. So viel habe ich allein rausbekommen. Also worum geht's? Meine Mission ist, dich zu beschützen. Mom! Mom! Komm mit mir, wenn du leben willst. Oh, oh, oh. Scheiße! Aussteigen. Also da kann sich, was die Action betrifft, keiner beklagen. Aber du legst großen Wert darauf, dass du eben nicht nur drauf haust und dass du nicht nur eben in den Filmen diesen starken Mann spielst. Du hast sehr viel sensiblere Seiten auch. Du beschäftigst dich sehr viel mit behinderten Kindern in Amerika. Du bist für die Olympiade der Behinderten eine Symbolfigur. Ich habe in Amerika sehr viel erreicht. Und es ist sehr wichtig, dass man etwas zurückgibt. Und für mich ist es sehr wichtig in einer Gesellschaft, dass der Reiche den Armen hilft, dass der Starke den Schwachen hilft. Und die Special Olympians, also die geistig Behinderten, brauchen sehr viel Hilfe. Und es ist also für mich ein Vergnügen und wirklich sehr viel Spaß, dir zu helfen. Also mit dir zu trainieren, mit dir auszugehen und Übungen machen und irgendwie anspornen, dass sie auch trainieren. Dass sie das gleiche Recht haben für Fitness und gesund zu sein und so weiter. Also es ist eine Selbstverständlichkeit für mich. Es ist nicht einmal ein Geschenk, das ist eine Pflicht. Und das gleiche ist auch mit den Kindern, den Sportbetreibern und so. Also ich versuche mich zu reagieren in verschiedene Richtungen, um dir zu helfen, die Hilfe brauchen. Ich glaube, dass man auch gerade als Vater besonders sensibel ist, wenn man das Glück hat, gesunde Kinder zu haben, den Kranken zu helfen. Du hast zwei Töchter jetzt. Und es ist sehr interessant, wie das erste Kind auf die Welt gekommen ist. Auf einmal ändern sich die Gedanken. Auf einmal denkt man auch, ich muss jetzt vielleicht anfangen, andere Filme zu machen. Was für ein Film sind die an? Schauen wir die sechs, sieben oder acht Jahre alt sind. Und du weißt nicht, du bist ja selbst der Vater. Man macht sich eine ganz andere Sorgen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt mehr mich verlege auf Komödien oder auf andere Filme und nicht nur auf Actionfilme und nicht nur auf die Special Effectsfilme und so weiter. Action, action, action. Jetzt geht action. Ich muss nur ganz kurz sagen, bevor wir das Thema ändern. Unser Landeshauptmann von der Steiermark, Landeshauptmann Greiner, mein guter Freund Yoshi, hat ihr, ich möchte ihm ganz kurz in diesem Wahlkampf alles Gute wünschen. Also alles Gute, Junge, Yoshi, okay? Ja, gut, der Yoshi. Und die Mutti schaut auch zu, oder? Die Mutti schaut auch zu. Aurelia. Mutti. Da bin ich auch ein großer Fan von Frau Mutter hier. Arnold, übrigens, das ist, ich meine, hier Hollywood, ein Foto für die Familie zu Hause. Oder Michael mal zusammenrutschen, ne? So kommen wir nicht mehr zusammen. Das muss doch für euch was Großartiges sein, dass ich zwischen euch sitze. Ja, das ist ja fantastisch. Fantastisch. Das ist wirklich... Er wird ja demnächst noch besser aussehen. Das gibt's nicht mehr. Doch, er muss auf die Schönheitsform. Mein letzter Geste hat ja vor die Wette verloren, muss auf die Schönheitsform. Gehst du auch nochmal unter das Messer? Muss ich jetzt, aber es gibt ja nun keine Möglichkeiten mehr. Das Grauen hat viele Gesichter. Ich werde dann als Mike Krüger rauskommen. Aus der Schönheitsform. Gibt es denn, ich meine, in Amerika wird ja viel operiert und viel gemacht. Gibt es denn schon so Modellgesichte, dass die Leute zum Schönheitschirurgen gehen und sagen, ich möchte ein bisschen so wie Arnold aussehen? Das kann schon möglich sein, aber ich glaube, dass kaum jemand das Glück haben wird, so außer sein Weg. Gut. Jetzt, jetzt geht es um Kraft. Das hört sich toll an. Wetten, dass Hedwig Mülow gegen den amtierenden Weltmeister im Kraft-Dreikampf Michael Brügger im Beindrücken gewinnt? Fragezeichen. Hier ist Hedwig Mülow. Hedwig. Hedwig. Wir gehen gleich mal zum Hockerchen. Das ist deiner? Das ist meiner. Gut. Dann nehme ich den ganz kurz ein und du erklärst mir erst ein bisschen was zur Wette und zu deiner Person. Hedwig. Was machst du beruflich? Ich bin also zur Zeit Hausfrau Mutter, zweier Kinder. Zwei Kinder, wie alt? Der älteste ist viereinhalb und der kleine ist Anja. Ja, also noch keine Schwarzenegger und Hasselhoff-Fans, aber demnächst. Also ich meine, du bist ein hübsches Mädchen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich dir auf die Beine gucke, ich davon ausgehe, dass du jetzt irgendwelche Bombersporte betreibst. Wo hast du deine kräftigen Schenkel her, von denen du behauptest, du würdest sogar einen starken Mann in Verlegenheit bringen? Also ich bin von Jugend an Reiterin. Nach den Kindern habe ich leider aufgehört. Und beim Reiten mache ich nichts anderes, als die Beine zusammenzudrücken, um mich festzuhalten. Ja, aber das Pferd muss noch reinpassen. Ja, klar. Gut. Dann, so wie andere Knobeln an der Theke, machen wir unter uns Reitern halt diese Beinschere. Dann hat mein Mann gesagt, das ist schon nicht schlecht, probieren wir es mal. Und jetzt bin ich hier. Gut, bevor wir jetzt den herausgeforderten vorstellen, werde ich ganz kurz mal die Regeln klar machen. Also, wichtig ist, dass du verhindern wirst, nein, Moment, ich darf die Knie nicht zusammenkriegen, habe ich die Wette verloren. Also, ich drücke dagegen so, Edwig drückt so. Und wenn die Beine zusammen sind, ist verloren. Aber jetzt gibt es ein paar Dinge, die sein müssen. Zum Beispiel müssen jetzt hier, also Wade an Wade, ja? So, das muss also gerade sein. Nicht so und nicht so, das ist rein dienstlich hier. So, also, ja, so und so. Das ist also wichtig, dass das eine Linie bildet, ja? So, so. Zweitens, die Hände müssen hier sein, ja? Also, immer unten am, also festhalten darf er auch. Ja, festhalten. Ja, genau. Aber er darf nicht da rumschrauben oder so, dass er irgendwie oben, also, es muss also hier immer so, damit da nicht gemogelt wird, ja? Ja. Das sind die Bedingungen. Und die Zeit, vier Minuten. Richtig. Also, wenn der drei Minuten, unter der nächsten Minute haust du ihn zusammen. Also, er hat im schlimmsten Fall vier Minuten. Wenn natürlich nach zwei Minuten schon ist die Sache erledigt. Aber also, vier Minuten muss er so. Nein, ich doch nicht. Der Richtige ist Michael Brügger, Weltmeister im Kraftdreikampf. Ist er ehrlich? Grüß dich. Da stehen wir doch mal auf, damit man zu Hause, also hier, den Schenkelvergleich machen kann, darf ich, darf ich, darf ich kurz anheben? Ja. Oder brauchst du ja zwei Hemden. Oh, wie ein, wie ein Sonnenblumenbrot. Ist das hier? So. Und hier? So. Arnold, der Nachwuchs. Ja. Ja, genau. Jetzt. Die Regeln sind klar. Du hast dich also darauf eingelassen, wobei man einfach sagen muss, das ist kein Wettkampf, der bei dir vorkommt. Was ist deine Sportart? Also Kraftdreikampf, was machst du da? Also ich habe drei Disziplinen. Das beginnt mit der Kniebeuge, mit einer Handelstange, wie man sie vom Gewichtheben erkennt, geht in die Hocke runter, steht wieder auf nach Möglichkeit. Das zweite ist das Bankdrücken, da liegt man auf dem Rücken und schiebt eine, wie eben so die gleiche Handel, auf die Hochstrecke. Und das dritte ist Kreuzheben, das bedeutet, dass ich ein Gewicht vom Boden hochziehen muss, bis ich es an der Hüfte habe. Beindrücken ist nicht dabei, aber du bist guten Mutes, dass du der Hedwig zumindest gewachsen bist. Ja, ich werde mein Bestes geben. Mein Trainingspartner, der Andreas, hat schon gesagt, wenn du das nicht schaffst, ist das Training vorbei mit dir. Nein, das muss man sagen, also nicht, dass du dich, also das ist auch ein schöner, ich muss mal sagen, also wenn du verlierst, ist das zumindest ein schönes Gefühl, also es ist nicht so, dass du dich da ewig dafür schämen musst, wir geben eine Quittung, also ist ja auch hier. Gut, jetzt Arnold, du kennst die Herausgeforderte, kennst den Herausgeforderten, kennst die Herausforderin. Was wäre dein Tipp? Schafft sie es, Beindrücken, dass ihr die Beine zusammengedrückt kriegt, was sagst du und wenn du falsch tippst, was ist dein Wetteinsatz? Ich sage, sie schafft es nicht und mein Einsatz ist in Österreich, also in Schladmingen und in Salzburg sind in Beutel jetzt die internationalen Winter Olympiaden für Special Olympians.